Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Clash of Clads. Wir werden versuchen, die 3-Star-Taktik, die ich euch im Laufe der Woche schon vorgestellt habe, jetzt anzuwenden. Das heißt, ich bin selber gespannt, wie sie sich schlagen wird. Erst einmal zum Gegner bzw. wie es steht. Ich habe selber noch nicht nachgeschaut und bin dementsprechend auch gespannt. Okay, also noch sieht es hervorragend aus. 20 zu 1 bei 13 Angriffen, was sich wirklich gut liest. Ihr seht, wir haben es wieder mit Asiaten zu tun. Das heißt, man kann vielleicht das hier als aktuellen Stand der Dinger sagen, bei denen ist Nacht, die schlafen noch alle tief und fest. Und deswegen greift auch keiner an, auch wenn zumindest zu dieser Zeit der Clangro gestartet wurde. Wenn wir mal kurz reinschauen in die Ereignisse. 2-Star, 2-One-Stars, 3-4-One-Stars von Luke, ein 3-Star. Sehr, sehr nice. Okay, ein paar One-Stars sind auch schon dabei. Aber ich bin, wie gesagt, selbst gespannt, wie wir uns schlagen werden. Wir schauen erstmal, mit wem wir es zu tun haben. Ich bin, wenn mich nicht alles täuscht, die Nummer 18. Und wir haben es auch mit der Nummer 18 zu tun. Ist diesmal nur ein 25 gegen 25. Und wenn wir uns die 18 mal anschauen, was die hier so zu bieten hat, ist es eine gemaxste Rathaus-Level-9-Base oder zum Großteil gemaxt. Hier haben wir es noch einen 9er-Bogenturm, aber zumindest Magiertürme, ein X-Bogenturm gemaxt. Und ich werde von hier oben angreifen. Mit was, das möchte ich euch jetzt zeigen, ist angelehnt an die Arzia-Skills, sag ich mal, vom letzten Clan, die die da benutzt haben. Wenn wir mal reinschauen, es ist klassische Golem-Wizard-Pekka, aber diesmal nur zwei Golems. Ich habe noch einen Level-5-Golem in der Clanburg. Dafür mehr Mauerbrecher. Und ihr seht es hier, zehn Schweinereiter, die mir am Ende eventuell den 3-Star ermöglichen sollen. Und dementsprechend habe ich an Zaubern auch zwei Heal dabei, die ausschließlich für die Schweinereiter geeignet sind. Wir können kurz mal noch schreiben, dass wir es angreifen, dass die Jungs auch zuschauen können. Und dann können wir uns vielleicht auch nachher noch direkt, würde ich sagen, vom Look den 3-Star anschauen. Ist neu bei uns im Geschäft. Und ich sage da gleich mal mit dem 3-Star einsteigen. Sollte sich auf alle Fälle sehen lassen. Und ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf in die Schlacht. Sammeln hier noch kurz die Ressourcen ein, dass da auch alles gesichert ist. Auch dahingehend geht es wirklich gut voran. Erste Expo ist jetzt hier am Start, auch schon was nice ausschaut. So, und dann haben wir gesagt, wir brauchen die Nummer 18, damit alles sicher ist. Gehen wir nochmal auf die Spänenfunktion drauf. Da haben wir sie. Und jetzt begeben wir uns dann auch in den Angriff. Und schau mal, ob das mit dem 3-Star so klar beglocken wird, wird drauf geschissen. Erstmal ist es wirklich wichtig, das mache ich jetzt schon mal gleich, dass wir außen mit den Magiern ein bisschen die Gebäude wegräumen. Die Golems kommen diesmal weit auseinander. Ähm, das mache ich auch ähnlich, sag ich mal, wie die Angriff das letzte Mal dahinter kommen ist. Die Magier. Ähm, dann kommen auch die Helden schon. Und wenn dann die Außengebäude ein bisschen weggeräumt wurden, ähm, kommen die Peckars hinterher. Die machen wir jetzt. Jetzt schauen wir mal, wo sie hingegeben. Jetzt gibt es dann Mauerbrecher, ähm, in die Mitte. Die bekommen auch einen Wutzauber. Und wir lassen die hier weiter aufräumen. Barbarenkönig ist jetzt hier nach außen. Und Mauerbrecher haben aber hier schön den Weg in die Mitte freigemacht. Bogenschützenkönigin ist in der Mitte aktiv. Aus der Wut gezündet. Wir machen jetzt gleich den nächsten. Mauerbrecher waren insoweit alle aktiv. Ähm, die Bogenschützenkönigin hat jetzt auch die Glantruppen ausgeschaltet. Jetzt schauen wir mal, inwieweit wir dann, sag ich mal, mit dem Pecker und der Bogenschützenkönigin jetzt noch das Rathaus holen. Und dann haben wir jetzt natürlich noch unsere Schweinereiter, ähm, die wir jetzt einfach mal alle 10 von hier unten bringen werden. Und die ist auch hier gleich den ersten Heel bekommen. Jetzt schauen wir mal, ob das was mit dem 3-Star wird. Barbarenkönig zünden wir mal jetzt, bevor der down geht. Bogenschützenkönigin müssen wir auch im Auge behalten. Und dementsprechend auch den zweiten Heel für unsere Schweinereiter. Die hier drüben sich jetzt austoben, die bekommen hier den nächsten Heel hin. Dass sie vor dem Magierturm geschützt werden. Bogenschützenkönigin ist auch noch aktiv. Haben wir hier. Ja, ich möchte nichts beschreien. Aber eventuell, wenn die Schweinereiter jetzt noch einen guten Job machen und wenn die Zeit reicht, ähm, könnte da was gehen. Müssen wir wirklich mal drauf machen, außen haben wir jetzt noch den Barbarenkönig aktiv. Ähm, als Verteidigungseinheit ist jetzt nur noch eine Kanone da, die vom Schweinereiter eventuell sogar ausgeschaltet wird. Das funktioniert auch. Und jetzt, ja, sag ich, wird's eine Zeitgeschichte. Wir haben noch eine Minute, haben noch die Heldenfähigkeit, ähm, der Bogenkönigin. Okay, hier haben wir noch einen Tesla. Ähm, jo, jetzt bin ich gespannt. Da ist nochmal ein Tesla. Ah, das wird verdammt eng. Aber, ja, ich, ich, ich sag mal, es wird nicht klappen. Ähm, weil, dass die Bogenschützenkönigin das alleine schafft, äh, würde ich fast ausschließen. Hätte ich jetzt noch ein paar Magie aufgehoben, da war ich vielleicht am Anfang ein bisschen voreilig. Zünd wir mal kurz die Bogenschützenkönigin, dass die den schnell ausschaltet. Hätte ich mir ein paar Magie noch aufgehoben, hätten wir da dann vielleicht die Außengebäude schön wegräumen können. Das dahingehend vielleicht ein kleiner Fauxpas, ähm, was man, sage ich, hätte ich besser machen können. Aber ich würde mal behaupten, so nah war ich schon lange nicht mehr dran. Und an den Taktiken ist was dran. Wir hatten jetzt keinen Jump, wir hatten die Klanburg mehr oder weniger ignoriert. Ähm, aber es hat trotzdem recht gut funktioniert, ähm, was das Ausschalten angeht. Wir lassen es jetzt einfach mal just for fun zu Ende laufen. Und ja, hier schiebe ich mir den zu selber Schuh, zwei, drei Magie aufgehoben. Hätte man dies hier außen gesetzt, wäre was gegangen. Aber mit den Schweinereitern auf alle Fälle, sage ich mal, eine nette Taktik. Und wenn wir es vielleicht noch mit der Bogenschützenkönigin eins hier holen, dann kriegen wir vielleicht noch, okay, ne, die 90 knackt man nicht mehr. Aber es sind wir mit 88% ausgestiegen, ähm, also Toolstar, wie man es von mir kennt. Aber man muss wirklich sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert, äh, mit den Schweinereitern. Die haben gut, ähm, extra was ermöglicht. Und hätte ich jetzt mir zwei, drei Magie aufgehoben, wäre da auch was gegangen. Ich denke, dann wäre der 3-Star drin. Und dahingehend würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal den 3-Star an, vom Look. Was der da abgezogen hat. Ähm, gegen einen recht gleichstarken. Also hat er auch Rathaus Level 9 Base. Okay, er hat es auch sehr, sehr interessant. Ähm, scheint es dann wirklich drauf zu haben. Zwei Heels, zwei Wood dabei. Und er macht's, ähm, mit einer, ja, sag ich mal, Luft-Taktik. Hat zwei Lava-Hunde Level 2 dabei. Hat dann Minions und Balloons dabei. Und hat dann auch noch Schweinereite dabei. Schauen wir mal, von wo er die Base angreift. Also hätte ich mich, ehrlich gesagt, nicht getraut, ähm, gerade da die Luftabwehr doch verhältnismäßig alle weit innen stehen. Er macht jetzt erst die Balloons und macht dann die Lava-Hounds. Ähm, gibt denen jetzt jeweils einen Wut. Heels, vermute ich mal schwer, wird er aufheben. Nein, nicht für die Schweinereite. Den Asten hat er hier schon gesetzt. Er hat bis jetzt auch noch keine Minions gesetzt. Und ich hätte nie gedacht, dass das ein Three-Star wird. Aber, sagt niemals nie. Die Balloons haben, also er hat alle Heels aufgebraucht. Ähm, jetzt macht er die Minions komplett hinterher. Hätte ich persönlich auch einen Ticken früher gemacht. Seine Helden hat er noch gar nicht gesetzt. Die kleinen Lava-Welpen greifen jetzt auch mit an. Und ich vermute mal, er wird jetzt, ähm, in den unteren Bereich die Schweinereiter beidesetzen, damit sie die Luftabwehr ausschalten. Bis jetzt hat er es noch nicht gesetzt. Die Minions räumen soweit wirklich ganz gut auf. Jetzt ballert die Luftabwehr langsam. Er hat seine Helden auch immer noch. Bisher noch kein Star. Und mir wären da wahrscheinlich die Füße schon weich geworden. Beziehungsweise feucht in der Hose. Und die Nervosität wäre gestiegen und gestiegen. Aber er bleibt da cool. Macht jetzt in zweier Wellen die Schweinereiter unten ohne Heel. Ähm, halten sie auch aus gegen die beiden Magietürme. Und werden ausgeschalten. Vielleicht habe ich auch meine Schweinereiter ein bisschen zu früh. Weiß ich nicht. Also könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was man hätte besser machen können, dass es bei mir vielleicht auch ein Freestar geworden wäre. Hier haben wir sogar noch einen Balloon, der in der Klamuck drin war. Und jetzt hat er auch die Helden, ähm, hier unten gesetzt. Und wollen wir mal vorspulen. Es war dann zeitlich, ja, es war nur noch die Luftabwehr und ein Minionwerfer da. Und der hatte noch beide Heldfähigkeiten, was dazukommt. Der hat Barbarenkönig 20, Bogenschützenkönigin auf 15. Die machen natürlich auch schon, sag ich mal, einen schönen Schaden. Und hat sich dann doch, ja, also es war auch knapp, muss man sagen. Es war kein leichter Three-Star. Ähm, aber hat soweit funktioniert. Und auch eine ganz interessante Taktik. Und ich würde sagen, ähm, gut ab natürlich. Ähm, Three-Star, immer eine schöne Sache. Mein Angriff war wirklich auch richtig nice. Wenn wir mal reinschauen, äh, ja, mein Angriff war richtig nice. Sag ich, ja, geht. Also ich bin zufrieden, aber man kann natürlich immer besser machen. Ein weiterer Halloween-Crab-Stein ist immer noch nicht dazugekommen. Ähm, und wenn wir sonst mal schauen, genau, zweite Expo ist es hier in vier Tagen, 22 Stunden fertig. In einer Stunde, 27 ist mein Minionwerfer ready. Und mein Golem braucht noch vier Tage, 21 Stunden. Und die erste Bombe, die wollte ich euch auch zeigen, habe ich jetzt fertig auf Level 6. Hat aber dahingehend zu einer Level 5 Bombe. Leider, sag ich mal, optisch identisch. Hier haben wir eine Level 5. Die schaut so aus. Und die Level 6 schaut so aus. Also die schauen wirklich ganz gleich aus. Die erste ist fertig. Die zweite läuft hier oben. Ähm, die hier ist auch schon fertig. Also zwei sind fertig. Eine läuft und zwei fehlen noch. Einmal hier und einmal hier. Wenn ich die dann habe, sind die fertig, dann machen wir eben weiter, sag ich mal, mit den Luftbomben. Und dann kommt im letzten Teil die suchende Luftmine. Dann sind die auch alle ready. Und Elixir, wie immer, wird natürlich fleißig, klassisch, weiter in die Mauern investiert, wo ich jetzt hier auch schon mal ein bisschen im nächsten Bereich weiterbaue. Jo, ich würde sagen, das war es zum heutigen Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, Anregungen, Base Review, Epic Fight Vorschläge, alles gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.